Sollte mal Alkohol mehr besser reglementiert? Ja, sollte man. Aber Sie sagen, Sie wollen sich verharmlosen und sitzen da mit einem Bier und halten das in die Kamera. Ja und? Ja, aber das ist doch verharmlose und pur. Sie sind da Testimonial für Brauer. Jetzt muss ich schon mal sagen, also ich lasse mir jetzt auch nicht als Bayer, bayerische Volksfeste, bayerische Tradition und bayerische Lebensfreude hier kaputt und schlecht reden. Also Feste, wo man im ganzen Land Menschen trifft, wo gute Stimmung ist, wo Familien hingehen. Aber zum Kifferfest nach Berlin würde ich fahren, oder? Sie wissen ja auch gar nicht, vielleicht ist ja auch alkoholfreies Bier drin. Ja, kann ich ja. War's denn? Ja gut, aber das ist das Problem, weil keiner da mit alkoholfreiem Bier assoziiert. Sie trinken alkoholfreies Bier? Manchmal, also bei solchen Anlässen trinke ich alkoholfreies Bier.